Hallo, wir befinden uns da am Zimmerland Cup in der Steiermark mit unseren geliebten SC Kolumbia Floridsdorf. Ein U7-Turnier. Unsere Kinder spielen da jetzt das erste Match gegen Austria Klagenfurt. Nein. Von der Stinkenbrun oder so. Mit dabei Alex Harri, Fabian Melletschni, Fabian Graffl, Dicken, Gabriel Peter, Ljungwirt, und das 20 Mannschaften sind da. Ja, sie machen sie gerade. Bitte nicht zum vergessen, abonnieren. Frau Rent, Harri auf YouTube. Danke. Danke für die Abonnenten! Erste Tor für Kolumbia! Hallo, wir sind in der Stadionmarkt und das ist ein Stadion und wir wollen uns gleich anziehen. Tschüss! Hallo, wir sind in der Stadionmarkt und wir wollen uns gleich anziehen! Hallo, wir sind in der Stadionmarkt! Hallo, wir sind in der Stadionmarkt und wir wollen uns gleich anziehen! Dritte Tor für Kolumbien! Wir sind in der Stadionmarkt und wir wollen uns gleich anziehen! Hallo, liebe Leute! Ich bin Alex Haarich. Wir wollten uns bedanken, dass ihr uns abonniert habt! Jetzt stehen wir über 150 Abonnenten! Wiener Österreich Alles Liebe! Hi! Da! Da, da! Got you! WDR mediagroup GmbH im Auftrag von Funk 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 Hallo liebe Leute, das erste Spiel ist gespielt, wir haben 4 zu 1 gewonnen Das erste Tor Freudenberger Julian, zweites Tor Nevejni Fabian, drittes Tor Sandro Jungwirth und viertes Tor Nevejni Fabian Weiter so Jungs Applaus 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 Turnier in Judenburg Unter 24 Teilnehmern erreichten wir mit der U7 den hervorragten 5. Platz mit nur leider einer Niederlage Es war ein super Turnier, super gespielt, als beste Mannschaft leider nur den 5. Platz erreicht Wir gratulieren den SC Columbia auf Loritzdorf und bitte auf YouTube, Lauren Tari auf YouTube zu bereiten, danke Wir gratulieren den SC Columbia auf Loritzdorf und wir gratulieren den SC Columbia auf Loritzdorf Wir gratulieren den SC Columbia auf Loritzdorf und wir kostenlos Applaus Ich muss ehrlich sagen... Schönen wir auch, Kinder! Ich muss noch Kalb mitnehmen! Nein! Ah, ausgebucht! Ich muss noch mal, Herr. Einen schönen Tag, Herr. Und jetzt ist es noch eine Karte. Aber ich muss noch mal, Herr. Ich muss noch mal, Herr. Ich muss noch mal, Herr.